Ein trauriger Hammer. Und wir sind definitiv nicht in Turn 1 unterwegs und wir sind definitiv schon ein paar mehr Runden unterwegs. Nichtsdestotrotz wird hier was Fantastisches für uns warten, woraus wir wieder was Fantastisches lernen können. Also, los geht's! Ich hab grad gedacht, er will mich verkackeiern. Ich bin ehrlich, aber damit hab ich nicht gerechnet. Damit hab ich nicht gerechnet. Also, das war schon sehr ambitioniert. Ich würd schon sagen, das war sehr ambitioniert, da mal anzuklopfen. Ganz ehrlich, das würde ich jetzt nicht als böse Absicht unterstellen. Nee, das ist einfach nur über ambitioniert. Und jetzt möchte ich euch eine Kleinigkeit sagen und das wird sehr in der Seele wehtun. Der BMW ist 33. Und der Porsche 17. Das heißt, der BMW ist eigentlich nicht mal auf der Runde von dem Porsche. Muss nicht sein. Zeig ich, wie es ist. Wenn ihr, wenn ihr schon zurück seid, denkt immer daran, ihr könntet theoretisch das Rennen der anderen kaputt machen. Und ja, also ich sag mal so, bei dem Exit, den der Porsche jetzt hier gehabt hätte, beim Durchlassen, wäre der BMW dicke dran vorbeigekommen. Und das hat sich einfach, also es lohnt sich halt wirklich nicht. Es hat sich einfach nicht gelohnt. An der Stelle. Und dafür kriegt er jetzt eins auf die Nase. Das ist Causing a Collision. Und das gibt Abzug 06. Das gibt 06 Abzug. Und Abfahrt. Meine Damen und Herren, wir reisen nochmal nach Spielberg. Ist es vielleicht dieser Bänger, auf den wir gewartet haben? Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber wir fahren im BMW M2 Cup auf Spielberg. Wir waren in der letzten Folge, beziehungsweise in der vorletzten Folge, waren wir auch schon auf Spielberg. Und da gab es El Katastrophe. Und just in dem Moment spielt sich El Katastrophe wieder für sie ab, meine Damen und Herren. Es ist schon wieder El Katastrophe. Wollen die Leute uns eigentlich heute komplett verarschen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist schon wieder vorbei. Es gibt schon wieder keine Beweislast. Zum Kotzen. Nee, uns wurde auch wieder noch ein Fall G-Mobs. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen einzigen Fall für diese Folge. Und das, meine Damen und Herren, ist das absolute Heiligtum, was heute hier passieren kann. Das ist das absolute Heiligtum, was heute passieren kann. Beten Sie bitte, dass das in den Akten ist. Oh, fantastisch. Es ist in den Akten. Oh, nee. Oh, oh, nee. Oh, oh, nee. Und dann ist das wieder... Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Halten Sie sich bitte fest. Halten Sie sich fest. Jury. Am Stuhl, am Tisch, irgendwo. Halten Sie sich fest. Sind Sie fest? Verankert? Jawohl, euer Ehren. Sie halten. Ich halte. Mehr. Wir brauchen mehr Menschen. Ja. Ich brauche mehr Halt. Ich brauche Rückhalt jetzt hier. Das wird nämlich... Ich beschreibe Ihnen die Umgebung. Auf der rechten Seite befindet sich eine sehr, sehr lange Boxengasse mit einem Wiu-Wiu-Wiu-Sound. Den wahrscheinlich bekanntesten Wiu-Wiu-Sound auf der ganzen Welt, wenn es um Rennsport geht. Auf der linken Seite eine unfassbar riesige Tribüne, die unterbrochen wird von einer nicht funktionierenden oder in Kraft genommenen Achterbahn, gefolgt von einer weiteren Tribüne. Können Sie sich schon ausmalen, auf was wir hinaus wollen? Wir sind in Runde Null, meine Damen und Herren. Wir sind in Runde Null. Und wir fahren wahrscheinlich auf die wissenschaftlich bekannteste Kurve zu, die es jemals gegeben hat. Denn in dieser Kurve wurde die Rennsport-Zellteilung erfunden. Bitte halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Diese Bilder haben Sie schon ungefähr 80 Mal gesehen in Ihrem Leben. Locker. Los geht's. Halten Sie sich fest. Ich möchte nur noch mal ganz kurz erwähnen, wir waren wahrscheinlich schon bei 80 White. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das war wirklich perfekt eingeparkt. Also jetzt mal, um auch den Bildungsauftrag zu erfüllen. Wobei wir hier überhaupt keinen Bildungsauftrag erfüllen können. Denn der Fahrer dieses Ferraris ist nicht so gut weggekommen, reagiert rechtzeitig auf der Bremse. Er bremst schon etwas früher, aber nicht hart. Weil das wahrscheinlich schon jemand ist, der sich das denken kann, was hier passiert. Also er bremst wirklich schon zeitig, aber er reagiert auf den hier vorne, weil der bremst auch. Und der Hintermann zieht einfach durch. So, jetzt kannst du natürlich... Es tut mir halt immer leid, um Menschen, die sowas machen, also aufpassen und sich die Mühe machen, um eventuell nicht wie so ein Barney da rein zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir halt so Menschen wie Riesenfahrer, der im Startprozedere volles Essig durchzieht. Also ich meine, überall rund rum gehen die Lampen an. Alle. Ich würde übrigens... Also jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen und das macht er ja auch schon. Also er fährt ja nicht volle Power, er lupft jetzt schon. Aber alle Lampen waren an und er hat noch nicht mal angefangen zu bremsen. Wisst ihr, wir können jetzt... Und das ist so eine Sache, da müssen wir als Community oder generell als Menschen uns mal ein bisschen distanzieren. Man könnte jetzt vollkommen maximal durchtilten und auf Mountainbike gehen bei dem Fahrer. Aber wenn wir mal ehrlich sind, und das müssen wir uns jetzt hier auch mal kurz einstehen. Er lupft schon und er reagiert auch darauf. Das kann man ihm an gar keiner Stelle, kann man ihm das nehmen. Er lupft jetzt schon, er hängt hinten dran, er ist jetzt schon runter und bremst halt spät. Also er ist vorher schon runtergegangen, er war sich dessen schon bewusst und der Ferrari hat auf den BMW reagiert und sehr zeitig gebremst. An der Stelle. So. Dass das jetzt hier passiert ist, ist eine Folgeerscheinung davon, dass man Zieharmonika-Effekt hat. Und den Zieharmonika-Effekt einzuschätzen ist wirklich nicht simpel. Auch wenn das hier absoluter Scheiß ist und das definitiv drei Tage gelber Schein ist, ist das eine Sache, die passieren kann und auch wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren wird. Das ist wirklich so unfassbar schwer einzuschätzen und darauf adäquat zu reagieren. Weil ich sag mal so, wenn der jetzt gelupft hätte, wäre eben der nächste reingefahren und dann hätte er eine Fahrradkette. Also ja, das ist ein Massencrash. Ja, das ist scheiße, dass das passiert ist. Dennoch kann uns das allen Mal passieren, weil das superschwierig dieses Gezeter hier einzuschätzen ist. Und das ist einfach und das muss man ganz klar sagen, blöd gelaufen. Weil man sieht den Willen dieses Fahrers hier, weil er sehr früh lupft, leider ein bisschen spät bremst, vielleicht ein bisschen gepennt hat oder damit nicht gerechnet hat und schwuppdiwupp ist man da reingefahren. Also, selbst wenn wir relativ häufig über diese Kurve lachen und hier die Zellteilung erfunden wurde im Rennsport, muss man halt ganz klar sagen, dass man auch hier sehen kann, dass solche Dinge einfach passieren können. Und das wird heute ausnahmsweise mal ein trauriger Hammer. Also nicht traurig, weil er den gekriegt hat, sondern, sagen wir mal so, ein sehr respektvoller Hammer. Ich kann das mitfühlen, was da passiert ist. Weil auch mir ist das schon passiert und bin aber glücklicherweise glimpflich weggekommen, weil das keiner reportet hat. Drei Tage Pause und sie da draußen können mit der O7 ihren Salut für den gefallenen Krieger abgeben und sich in der Zukunft grüßen. Außer Madoc. Der kann sich nicht zum Geburtstag gratulieren in der Zukunft. Das funktioniert nicht. Aber er kann trotzdem sein Zukunfts-Ich grüßen, was schon älter ist. Und das kann nicht jeder von sich behaupten, dass er sein Zukunfts-Ich grüßen kann, was älter geworden ist in der Zeit als... Versteht ihr die Aufnahme? Release? Ja? Grüßen Sie sich doch einfach. Grüßen Sie sich einfach. Machen Sie... Grüßen Sie sich einfach mal. Klatschen Sie ab. Machen Sie mal eine hohe 5. Und dann schließe ich Jutke Dizzy in dieser Folge für Sie ab. Ich hoffe, Sie haben was gelernt da draußen in den letzten Folgen. Das würde mich sehr freuen. Und ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei der Jury. Denn die hat heute das ein oder andere Mal, also in allen Folgen, die Sie jetzt die letzten 2, 3, 4, 5 Tage, Wochen gesehen haben, den einen oder anderen Fall gerettet, weil Sie einfach Sherlock Holmes sind und aufgepasst haben. Kuss geht raus an die Jury. Bis dann. Wir sehen uns in den Kommentaren. Tschö. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020